Hallo! Ich hatte keine bestimmte Erwartungshaltung. Ähnlich wie ein Archäologe, der ja auch nicht weiß, was er ausgräbt. So war das bei mir auch, dass ich mich halt einfach hab überraschen lassen, was sich dahinter verbirgt, hinter den Krankenhausfassaden. Es ist das Leben, man hat mit ursprünglichen Lebensthemen zu tun. Waschen, Kleiden, Befinden, Wahrnehmen. Wenn man damit klarkommt, dann sind halt viele erfüllende Momente halt eben auch dabei gerade. Wenn jetzt Heilung stattfindet, dann ist das natürlich auch etwas, was mit Gold nicht aufzuwiegen ist. Also ich habe schon viele sehr nette Kollegen. Jeder ist ja einzigartig und das ist ja auch gut, dass nicht alle gleich sind. Wir wollen hier ja auch niemanden klonen.